Jau Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash Royale und heute zeige ich euch den Clan in dem ich drin bin, in dem ihr auch gerne reinkommen könnt Ja, ähm damit fangen wir jetzt auch, dachte ich an, weil es gibt immer Leute die früher abschalten und dann dachte ich mir machen wir das zuerst und zwar, ähm, hat der liebe Merlin aus meiner Klasse einen Clan gegründet äh, der heißt Die Echten, das seht ihr auch da oben schon stehen und ja, ich bin da auch reingegangen, ihr könnt auch sehr gerne reinkommen, weil wir suchen noch Member äh, paar von euch sind ja auch schon immer nicht besonders viele weil ich das seit nur auf Skype ein paar Leuten gesagt hab ja, 16 von 50 Member, ihr könnt gerne reinkommen ja, wie gesagt, der kleine ist Die Echten boah, ich bin noch ein bisschen zu beatm, sorry ähm, hier Mick Merlin, ich und dann sind hier noch ganz viele andere aber da ist schon ordentlich was drin in dem Clan ja, kommt einfach rein ihr seid sehr herzlich willkommen was ich noch dazu sagen muss, äh, wenn ihr nur ein klein bisschen nervt, wenn ihr nur fordert oder wenn ihr Rechtschreibfehler ohne Ende macht das nervt extrem Leute, deswegen ich bin nicht der Anführer, das ist nämlich der liebe Merlin und der Merlin würde ich dann rauswerfen, weil wir wollen halt echt einen zivilisierten Clan und ja, ihr könnt reinkommen, aber dann seid bitte nicht sauber, wenn ihr gekickt werdet wenn ihr irgendwie Kacke macht oder so also, ja nice, achso, äh, hier ist kein Chester Opening Leute hab ich direkt mal gemacht, Minion, okay ich hab extra die Kisten für euch aufgespart ja, ja, sind halt nicht so nice und der Minipäcker, jawoll, der ist nice, okay hab extra für euch noch eine Kiste aufbewahrt, ist natürlich klar Gold äh, Goblins, ja gut Spear Goblins, die sind nice, okay Kisten sind alle geöffnet Crown Chefs können wir jetzt auch in, äh, drei Sekunden jetzt gleich wieder verdienen da, zack, eins und müssen wir zehn Kronen sammeln, dann bekommen wir wieder eine ja, ich geh jetzt mal kurz beim Profil, denn mein Pokalrekord war zur Zeit 893 hab jetzt leider wieder welche verloren, bin jetzt auf 781 ja, schade Leute ich würd sagen, wir versuchen heute wieder die 800 zu knacken, weil dann sind wir in Arena 3 äh, paar Leute sind mir gerade sehr irritiert, weil ich, äh, ziemlich gesuchtet hab bin jetzt schon Level 4 ihr seht meine Pokale, ich bin richtig gut geworden also, ja, relativ gut halt hab auch schon mega viele Truppen, also ich hab mich einfach gleich zur letzten Folge echt krass verbessert äh, hier seht ihr übrigens jetzt mein Deck, was ich jetzt, äh, aktuell habe können wir kurz auf den Shop gehen, okay, gibt's nix besonderes ja, Minipäcker upgrade, na gut äh, yo, der Mick yo so, wir machen zum Beispiel meinen Angriff Battle los geht's, denn beim letzten Video hab ich da so ein bisschen gefragt auf was haben wir am meisten Bock alle haben geschrieben, Live-Angriffe, nicht alle, aber die, was geschrieben haben, haben geschrieben Live-Angriffe, ja, das Ding, machen wir das so, ja, wir haben uns erstmal ein Good Game gewünscht wir sind jetzt mal ein fröhlichen Smiley auf geht's mit der Hexe und dem Riese, ich hoffe jetzt nicht, dass er sie sklettert, weil sonst würde er das direkt kontern, okay, wir machen Spear Goblins gegen Spear Goblins äh, das ist fair, jetzt kommt bei seinen Drache, okay, okay ja, der Riese wird jetzt nur leicht anschlagen okay, besser als gar nicht, sag ich auf jeden Fall besser als gar nicht, zack, komm, einen kriegst noch ah, hat er keinen Schlag mehr bekommen, jetzt muss ich echt aufpassen, jetzt ist es schwer ach, er hat viel zu viele Scheiße, hat nur eine Vaküre am Start komm schon, okay äh, er hat meinen Trum sogar noch mehr angeschlagen wow, der geht mega ab, der Typ, das könnte eine Niederlage wenn ich sehe, ist halt jetzt schon kommen, der Typ geht extrem ab, ich bin halt extrem irritiert, warum der zu viele Truppen setzt wie schnell der auf einmal die Truppen gesetzt hat boah, der hat mich echt richtig gut gekontert der Mann, schon wieder, boah, der ist gut der ist echt gut also jetzt zumindest hier der Anfang macht der echt einen sehr guten Eindruck äh, so jawohl, die Minus ist auch noch getroffen ja, der wird, der wird glaube ich gewinnen also könnte ich mir vorstellen, weil boah, der ist halt irgendwie gut äh, was jetzt denn Vaküre, ach scheiße Vaküre nervt extrem, okay ich bin cool, kann man auch ganz kurz mit der Hexe kontern weil dann wäre nämlich schön die Sklette gespawnt und dann, ja, okay, das schafft er nicht jetzt hat er ein bisschen Elixier verschwendet jetzt hat er ein bisschen Elixier verschwendet ja, ja, schöne Verschwendung, Kollege weil, dann konter ich das jetzt, dann konter ich das jetzt zack, und zwar mit dem Riese los geht's, komm schon, komm schon nochmal Minus mit, weil wenn dann halt Bohnentruppen von ihm kommen oder so, dann kann man die hä, der Typ ist ja richtig, also das Elixier kommt mir so vor, als ob der irgendwie mehr hätte ne, aber, ist halt irgendwie krass er kontert direkt wieder na gut, ne, Vaküre ist nicht teuer und so also, das kann alles schon sein hä, als ob der jetzt schon wieder einen Drache setzen kann werden wir auf jeden Fall verlieren ich find's irgendwie verdammt komisch grade muss ich ehrlich sagen hä, als ob der so viel setzen kann wie teuer ist ein Drache, ja gut, ich weiß nicht wie teuer ein Drache, hä, ist aber grad wirklich mega krass egal, kommt mir glaub ich nur so vor ich weiß es nicht, äh, ja lol ja, nächstes Match wird wir wieder gewinnen, ich versteh grad echt nicht was hier los ist, jetzt ist das schon wieder eine Vaküre ja, da hat echt glaub ich auch viele billige Truppen dabei die halt billig sind, aber trotzdem gut und deswegen, ja, bin ich halt echt krass überfordert hier so ist schon wieder ein Drache, boah, ne hab ich keine Chance, also hab ich echt keine Chance, hebe ich auch gerne zu zack, hier kann ich auch her boah, alter, was geht denn bei dem jetzt achte ich mal ein bisschen drauf ok, er hat jetzt grade, äh, so'n äh, King gesetzt ich guck mal was er jetzt noch setzt ja, jetzt setzt er gar nicht mehr, gut ich hätte da ein bisschen gut drauf achten sollen muss doch gleich nochmal eine Wiederholung äh, wenn die Folge vorbei ist schau mir eine Wiederholung an das kommt mir nämlich echt ein bisschen komisch vor na gut, wir schreiben natürlich good game, äh, wir sind kein schlechter Verlierer kein Problem, äh, ich glaub nicht, dass er gehackt hat äh, so, das geht ja eigentlich gar nicht nur mir kam's halt einfach nur so vor ja ok wir müssen jetzt wieder neue neuen Mood shoppen was geht denn hier ab sag mal deinen Abonnenten, dass die ah, ja, klar ja, ok äh, ja, ich bin grad am Aufnehmen-Mick nehme gra- gerade auf und sage das ja, Leute, ihr seid herzlich willkommen ihr seid echt herzlich willkommen wir machen direkt ein nächstes Battle ähm, und wir müssten jetzt echt gewinnen, Leute ich bin es ist immer so, wenn man einmal verliert dann ist man voll, äh, demotiviert halt so und das darf nicht passieren, Leute wir müssen jetzt hier Siege holen so, erst mal warten erst mal warten ok, er macht nichts dann setzt sich zack und zack Prinz und Hexe das ist eine starke Taktik wehe, er hat diese Sled-Fan Leute, immer wenn Leute diese Sled, äh, Sled haben diese Sled, äh, Sled-Army, genau Sled-Army heißt die dann regt mich das mal so auf weil Sled-Army ich finde Sled-Army ist eine richtig starke Truppe Einheit Truppe Einheit, ja so, Riese, dann kann er nämlich da äh, erst mal wieder aufgehalten hier ein bisschen aufhalten wir haben seinen Taktik jetzt schon gut angeschaltet und hier auf jeden Fall äh, eine Chance weil bei einem Gral hatten wir einfach keine Chance ich weiß nicht was da los war, aber der war einfach krass ja, die beiden Bogenschützen ja doch, jetzt muss ich kontern äh, zack ja gut, war vielleicht Überflücht, vielleicht hätte ich das einfach laufen lassen sollen ja, okay ja, der hat noch 200 der Turm von dem der wird gleich der wird gleich drauf gehen das kann ich euch sagen ich werde jetzt immer bei dem Turm nichts mehr machen weil dann kann ich ganz am Ende dann noch ein paar, äh, Zauber da also, so kann man wie heißen äh, Feuerball, genau Feuerball drauf bauen so, lauf, 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 lauf ich geh jetzt schon auf seinen zweiten Turm okay, das ist jetzt nur Minis das ist eigentlich ziemlich dumm weil natürlich machen Minis auf oh ja, die scheiß Sled-Army das fuckt einen so hart ab, wenn man die hat wenn jemand die hat zack, sehr guter Treffer muss ich mich selber loben so hier setzen wir zu was Bärgoblins da muss er nämlich direkt kontern weil er weiß natürlich, dass ich den äh, gleich habe okay, ja den Turm, den Turm von ihm habe ich gleich scheiße, scheiße, bitte nicht bitte nicht, ich kann nichts setzen ich kann nichts setzen mach tot oh, er hätte fast noch er hätte fast nochmal geschlagen das war knapp okay, jetzt Riese muss ich kontern ich muss sofort kontern oh ne, ne, ne ich hab viel zu viele Elixier am Anfang rausgehauen weil jetzt ich kann diesen Riese sau schlecht kontern ah, er hat meinen Turm er hat meinen Turm oh mein Gott, mein Turm wird noch wenn ich so gerade überleben ja, sag ich doch so gerade 30 Leben wenn er einen Feuerball hat, ist er jetzt tot ach, er hat Pfeile ja dann wird er wahrscheinlich gleich Pfeile raushauen ja, bitter wir müssen hier motiviert wieder rangehen und jetzt versuchen wir mal richtig den Typ zu überfordern wir haben Hexe jetzt kommt er mit seiner Sled-Army komm 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 Bomber ja, Bomber kommt zu spät, ja boah, was er hat einfach alle Truppen direkt rasiert jetzt hat er wieder viel mehr Elixier weil ich schon wieder alles ausgegeben habe und er hat wahrscheinlich noch gar nichts ausgegeben ok, er hat meinen Turm ich gönne mir seinen Turm äh, dann steht's jetzt unentschieden jetzt wird's wieder spannend den Riese, den Riese komm 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 er kontert, äh, gar nicht also jetzt er kontert mit einem eigenen Riese oh ne, bitte hör auf mit deinen Minions der hat ja jetzt schon Level 4 und ich hab den ja noch richtig schlecht ach, jetzt wird's schwer jetzt wird's schwer jetzt ist der Moment gekommen, wo ich äh, anfange zu verlieren die Hexe ist halt die hat die Hexe extrem gefeiert früher obwohl ich jetzt sagen muss dass die Hexe mir gar nicht mehr so krass gefällt wie früher, das muss ich echt sagen oh, Prinz, lauf doch nicht bitte zurück ja, er kommt mit seiner Sled-Army ich wollte schon ein Feuerball drauf haben weil ich dachte, er kontert da gleich mit Truppen aber nein, er setzt eine Sled-Army direkt da vorne äh, jetzt schnell für den Packer ein paar Minions ja, ich versuche jetzt auf seinen kleinen Tower zu gehen weil, ist jetzt eh egal welchen Tower man als nächstes bekommt der hat gewonnen und dann geh ich jetzt nicht auf den, äh, Crown Tower oder wie auch immer heißt der Haupt-Tower, keine Ahnung sondern versuche mich an dem kleinen so den Riese konter ich jetzt nicht komm, 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 komm jetzt lauft jetzt lauf, jetzt lauf, jetzt lauf ich konter das so oh nein, 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 er hat ich dachte, er ignoriert meine Truppen und dachte jetzt, dass es ein Sieg ist komm schon, komm schon nein, 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 nein oh mein Gott das wird ein Fight auf Augenhöhe oh, jetzt werd ich auf Skype angerufen nein sorry, ich kann gerade nicht komm schon, komm schon 300 DM, ja, das wird nichts das wird nichts, das wird nichts oh mein Gott das wird richtig knapp ich weiß nicht, ob er bei mir noch was setzt er wird mich kriegen er wird mich kriegen oh shit okay, es ist ein Unentschieden Leute, das war jetzt echt mal für euch ein richtig schwanger Kampf Alter, da könnt ihr euch richtig schön mitfiebern ist ein Unentschieden good game aber nein nein, nein, das war schade äh ne, ich mach kein Fight gegen dich Nils, Junge ich mach live Angriffe gegen Freunde zu kämpfen finde ich vollkommen lachhaft also jetzt hier in der Aufnahme halt weil das ist halt überweil nicht so spannend weil meistens sind auch Freunde besser oder schlechter als ich und dann ist es halt langweilig so zu kämpfen da kämpf ich lieber gegen einen Onlinespieler der auf jeden Fall genau gleich gut ist okay, er schreibt das jetzt mal was in der Zeit kann ich schon mal ein paar Truppen setzen okay, okay, okay jetzt wird's nein das das ist halt total äh, doof halt von mir klar, er wird meinen Tower kriegen ich werde auch seinen kriegen nur die Frage ist halt wie krass man noch an den Crown Tower da wieder ich sag, nennen wir einfach jetzt Crown Tower den Haupt diesen Mittel Tower Dings wie krass der da noch dran kommt der kommt doch noch saukrass dran ja das wird nichts wieder äh, ne es kann noch was werden aber Leute, es ist schon wieder ein schlechter Anfang wegen äh, mir ach, er hat auch so einen scheiß Prinz Level 2 warum? jetzt mach hau den scheiß Feuerball ja, scheiße das war's das seh ich schon wieder so ich hab's übertrieben ich hab's so krass angefangen und so konnte er mich direkt sau schnell kontern ah, das das sind halt echt so Fehler die ich noch mache die nicht passieren dürfen die Fehler dürfen noch nicht passieren das ja, good game wünsch ich dir natürlich auch aber thanks ja wird halt wahrscheinlich für mich nicht viel vor allem, ach, scheiße jetzt schon riese Level 3 ist halt alles nicht ganz so nice so, ich versuch jetzt hier das mach ich immer mal wenn jemand ein riese setzt dann versuch ich dahinter so eine kleine Armee aufzubauen und dann versuch ich durchzuwaschen komm kleine Armee ist aufgebaut und da ist jetzt ein Feuerball das ist extrem bitter scheiße, ich hätte auch einen Prinz sparen sollen merk schon ja selber meine eigenen Fehler ach ne jetzt, anschlagen, komm möglichst viel Schaden machen der Bomber der Bomber werf deine scheiß Bombe äh hier, Prinz komm, werf deine Bombe bam okay, sein Schaden äh, sein Tower sein Schaden sag ich schon sein Tower ist schon ordentlich komm, mehr, mehr, mehr Hexer, hau drauf Hexer, hau drauf jawoll, er wird jetzt hier gleich deffen oder? komm, komm, komm setzt Truppen noch jawoll, den haben wir, den haben wir ach, es geht aber noch eine Minute scheiße oh mein Gott, wir haben sogar noch nicht mal er wird jetzt aber deffen ich kann eigentlich Minions setzen und er wird dagegen die Minions was machen weil er da was machen muss ne, macht er nicht, lol ich dachte, er wird jetzt locker was gegen die Minions setzen er versucht einfach eiskalt meinen Crownhaut zu bekommen scheiße, damit hatte ich jetzt auch wieder nicht gerechnet ich dachte, er konnte halt locker die Minions, oha okay, okay, scheiße, 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 scheiße Feuerball, schnell, schnell, schnell es darf ihr, ihr darf mir nicht zu viel Schaden geben ich würde jetzt gerne nur noch verteidigen komm schon, komm schon, komm schon jawoll, jawoll okay Leute, das könnte ein Sieg werden aber ich sag's, es wird sauknapp werden ich kann's euch schon mal prophezeihen, dass es sauknapp werden wird weil er wird unbedingt gewinnen und wird gleich alles draus spämen er spart schon wieder ich sehe, er spart deswegen setze ich jetzt hier ne Hexe und mit Hexe kann man nicht gleich gut deffen komm, ich hab jetzt, ich hab halt noch mein mein, oh, ich weiß nicht er spart, das wundert mich es geht noch ganz kurz und er spart Truppen warum denn, was macht er, was hat er vor das macht mir richtig viel Angst grad was macht er denn okay, er haut das drauf oh, ja gut äh, Blitzer war so geöffnet sich, ich hab gewonnen ich hab nicht gecheckt, warum er jetzt am Ende gespart hatte weil er hatte die ganze volle elixiert aber nichts gesetzt mh, okay wir haben gewonnen good game, ja Leute, die Folge ist noch schon wieder zu Ende äh, nice würde ich auf jeden Fall sagen jetzt am Ende noch mal ein Sieg wir kommen noch ne Silberchest haben's jetzt nicht mehr geschafft leider ne Liga nach oben zu kommen muss ich dann jetzt gleich offline noch schaffen ja, ich bin sau unzufrieden, da ich so viel Pokal wieder verloren habe ich war schon fast auf 900 boah, immer wenn ich aufnehme, klingt dann der Haustür warum eigentlich, kann mir das mal jemand sagen okay schade ja, Leute das war's drückt auf jeden Fall nach oben schreibt mir weitere Tipps, was ich machen kann in der Aufnahme bei Clashwall schreibt mir Tipps in die Kommentare weil, ja, weil ich halt machen kann äh, schreibt mir in die Kommentare äh, was ich machen soll äh, das ist das gleiche im Endeffekt okay okay, ich sag gar nichts mehr äh, Daumen rum, wenn's euch gefallen hat kommt in den Clan, die echten ist auf jeden Fall ein Hammerclan mach's gut Servus und Ciao